Oh, hallo! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Dave und Katrina. Und wir sind die Gründer von EISEN, einem Start-up. Und heute wollen wir euch unser tolles Produkt vorstellen. Für dieses Kickstarter-Video. In diesem Kickstarter-Video. Und ich bin mir sicher, wenn wir damit fertig sind, seid ihr alle ebenfalls Fans von EISEN und wollt investieren in dieses tolle Produkt. Oder, Katina? What's up? Hey Männer, kennt ihr das? Ihr wollt EIS. Aber was ihr nicht wollt, ist EIS lutschen. Wir haben die Lösung für euer Problem. EISEN. EISEN wie EIS. Nur HART, 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 HART! Nie wieder lutschen. Und trotzdem EIS. Kalt, 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 kalt. Man up your life. And enter the EISEN-Age. Man-EIS to society. Mike EISEN. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann investiert in unsere Campaign und werdet Teil von unserem Start. Up. Let's change the world together. Hier unter diesem Link. Let's change the world together. ever.